hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge adventskalender opening ich hoffe ich bringe diese türchen auf weil ich mich gerade stark verletzt habe mit einem messer also ich kann es mal ganz kurz zeigen also mein daumen fokussieren bitte mein daumen fokussieren aber meine kamerafunktion hat sich geändert wie cool fokussierst du jetzt bitte auf meine hand auf jeden fall ich blute da sehr stark und irgendwo anders ich glaube an den finger blute ich auch noch jetzt fokussiert ja auf jeden fall ich hoffe ich krieg der adventskalender trotzdem auf aber ja ich habe ja noch eine andere hand heute ist der 17 in einer woche ist weihnachten wie geil 17 das blutet gerade echt stark falls jetzt gar nicht einfach ein blutdropfen boden droppt das gehört sich so total in ordnung hier sitzen ich dachte auch gerade noch dass wir kartoffelbrei und dann habe ich mir die haut davon weggebissen und habe festgestellt es ist kein kartoffelbrei ich glaube blau war zart bitter das heißt ich kotze auch gleich noch vor das tut grad arsch weh boah ja das zart bitter wie doch ist es leider an geschmacksverirrungen seit dieser verletzung so und hier auch noch die 17 m wir haben gestern gar nicht geschätzt was drin ist ich tippe auch so einen augenbrauen stift dass man sich die augenbrauen nachziehen kann weil wir alle keine natürlichen augenbrauen mehr haben weil wir die uns hier weg zu lassen dämliche frauenwelt so 17 geht auch auf gleich zerreiß ich wieder den ganzen karton oh nein es ist ein pinsel was soll ich mit dem ja geh raus da das verletze ich meine andere hand auch noch und ich glaube das wäre nicht so cool ich weiß nicht mal wie ich morgen schreiben soll aber bei derzeit schreibe ich mit links so perfekt ist rausgegangen ist zwar jetzt ein bisschen buschiger weiß rausgegangen ist aber es ist rausgegangen cool damit kann ich malen hier ich mal ein herzchen so cool cooler stift für was man den genau braucht keine ahnung fragt bitte jemand anderes und wenn ihr es erfahren habt schreibt es mir bitte in die kommentare ja was ist denn morgen morgen ist der 18 das sieht aus als wenn das so eine lidschattenpalette dann ist ich tippe auf lidschattenpalette weil das bestimmt was ist was jedes mädchen haben sollte die besser und fähiger ist als ich und sich nicht in den finger schneidet kannst du bitte auf meinen finger fokussieren egal ich blute auf jeden fall und es tut arsch weh es brennt gerade wie hölle und ja es läuft auch so ja auf jeden fall 18 ich tippe auf lidschattenpalette ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben was ihr denkt und wir sehen uns am morgen wenn es weitergeht mit den adventskalender auspacken bis dahin tschüss und hofft dass ich bis dahin vielleicht nicht verblutet bin oder irgendeine blutvergiftung bekommen habe oder so bis dahin